Nur ein Detail im Schiffbau, aber ein enorm wichtiges. Lara Smith liefert Abdichtungslösungen an Hersteller von Antrieben, an Werften und an Büros, die das Technikmanagement von Schiffen erledigen. Eine Dichtung ist ein Schiffszubehörteil, durch das das Öl im Innern des Schiffes nicht mit dem Wasser draußen in Kontakt kommt. Unsere Produkte sind modular aufgebaut, das heißt, wir bauen unsere Produkte aus Standardteilen zusammen. Dadurch können wir mit unseren automatisierten Produktionsmaschinen schnell und effizient Zubehörteile herstehen, die danach zusammengesetzt werden. Entweder zu einer Standarddichtung oder zu einer Maßentfertigung. Was sie auch tun, es geht immer intelligenter. Dieses Motto bestimmt alles, was wir tun, die Herstellungsprozesse und die Entwicklung unserer Produkte. Wir haben auch ein eigenes Produktentwicklungsteam, das sich ständig mit neuen Techniken und Produkten beschäftigt. Die Ideen können aus unserem Betrieb und aus Kundenwünschen oder von der öffentlichen Hand kommen. Ich denke, dass es für unsere deutsche Kunden sehr wichtig ist, um zu wissen, dass wir hier selbst... Ich denke, für unsere deutschen Kunden ist wichtig, dass wir die Dichtungen in unserer eigenen Hightech-Fabrik herstellen, Ersatzteile auch auf Vorrat haben und deshalb schnell liefern können. Lara Smith ist ein sehr guter Partner, weil wir viel Sachverstand haben. Denken Sie an die Technikabteilung, den Verkauf, den Service und auch die Herstellung. Das Schöne ist, dass in allen Abteilungen Experten sitzen, dass wir alle zusammenarbeiten und dass wir dadurch sehr schöne, passende Lösungen für die Praxis bieten können. Oblösungen können wir für die Praxis bieten.